Was machst du, wofür? Video! Video, du Idiot! Naja, dieses Spiel geht in den Kabel. Komm schon mal, mach das auch immer. Wir können uns gar nicht essen. Ja, ob ich mir das genau angeschaut habe. Naja? Gibt es, glaube ich, nichts zum Essen. Ich habe danach, glaube ich, gar keinen Hunger. Ah, eh besser. Passt mit Trinken und Bauch. Ich muss aber noch was für Meue holen. Ja, Müllermilch. Es schmeckt nicht Müllermilch. Ich wollte eigentlich nicht so, oder? So nur gemachte. Buttermilch. Ja, genau. Doch. Aber hat die noch diese Geschmack? Reine. Ohne Geschmack. Vielleicht kommen sie und backern uns an. Ich film mir so heimlich rückwärts, ja? Fällt dir nicht auf mit dem Leuchten, die Licht und so? Ach. Hol dir doch hier rote Krötze. Ich hol mir einfach gar nichts und ich hol mir einfach wieder Milch. Ah ja? Könntest du selber dann machen? Krunkjuice. Die Krunk. Krunkmilch. Wenn schon. Oha, Nutella to go, wenn man es mal eilig hat. Ha ha ha. Nutella kommt unterwegs. Wie oft bist du schon durch die Stadt gelaufen? Da hast du gesagt, hm, jetzt könnte ich Nutella Brot essen. Ne Nuss Nuggetschnitte. Was denn? Päckst du Kakao? Kakao. Kakao. I need Kakao. Wo ist der Kakao? Wo ist der Kakao? TSP live on stage in Rewe? Haha. Die suchen wir weiterhin erfolglos. Haha. Erfolglos? Erfolglos glaube ich hieß das. Laufen wir mal in diesen Gang. Ego Shooter. Weiterhin erfolglos. Oh, hier gibts nix. Kann mir freuen wir mal die doch. Podimo. Ich bin nur der A-Rab mit der Kamera. Ja. Wo hast du die Kakao stehen? Die Kakao kommt ja. Ach ja. Äh, was, was, was wollen sie? Irgend normale Kakao. Saune, Kakao. Saune, ja. Das hätt ich geholt. Achso. Nee, ich schwimmt ja. Jetzt nicht. Ja. Ja. Holbert. Ja. Ja, komm mal. Was? Hier. Hier haben wir jetzt mal drauf. Ja. Dankeschön. Bitte. Ja. This is how we handle business. Wir kennen uns ewig. Ich steh ihn doch guck was an und so. TSP. Ja. Wir fahren und verkaufen. Ja, Twig, ja. Seh'n die du immer noch? Ich film' die Mo. Ich film' die Mo. Ah, die laufen uns. Der Volk und Storgast. Ja, Storgast, ja. Ja. Oh, guck mal. Hier gibt's ein Quartal-Wiegel. Wie hälst das noch mal, was wir holen wollen? Das brauchen wir. Seven Oaks. Entschuldigung. Kannst du das aufmachen? Das brauchen wir. Dann hab ich sehr Sprengsatz vor. Ja, danke. Cola brauchen wir. Cola? Wo gibt's Cola? Im Cola-Geschäft. Oh, was ist denn der? Ich muss gar nicht sehen. Wer? Carsten. Ehrlich? Cool. Carsten! Ach, das ist ja. Timelich gefilmt. Es geht ab du, alter Rapper. Alles klar. Du bist jetzt live im Internet. Das wird Direktverbindung ins Internet. WLAN. DSB on Tour. Cola. Wo gibt's denn das? Ah, das hier ohne. Ja, fällt ins V-Plus-Cola. Das hier. Eine Flasche Cola. Oh, jetzt müssen wir alles rum dran. Ey. Was? Jetzt müssen wir alles rum dran. Was ist Cola? Nö. Nee, Scholl-Cola. Wo? So drinnen, in dem Raum. Hi. Hier gibt's nur komische Colas. Ah, doch. Reicht die? Eigentlich. Die gibt's aber nicht hier drin. Ich bin so Gangster erstellt. Alles an die falsche Stell. Boah, ich kann doch bestimmt acht Stunden filmen. Ich kann mir die beste Szene rausschneiden. Das ist schon interessant, wie das so lang zu filmen muss. Ah, ja, kannst du dann die beste Szene... Ah, nee, irgendwann passiert was Lustiges und dann muss ich zusammenschneiden. Welches war ich meine? Ich weiß nicht. Gibt's nicht mehr, Jakob. Ja. Hä? Langtags, ja. Bestimmt. ну, für heute ist es brechмотрiell. Ja, okay. Ja, genau. Reicht vom 1,20. Ja, ich muss hin und mache. Ja. Danke. Hallo. Über die Schulterblick ist das? Hmm? Über die Schulterblecke. Achso. An sich. Klar, Vogelperspektive machen. Oh, das ist so gut. Man, ja, Vogelperspektive. Ja, das ist schönes Wochenende, gell? Ja, danke schön. Oder sowas, Kapitiam. Kombucha-Pet.